Resident Evil GoldenEye beworfen, zwei Schuss mit der Magnum und fertig war's. Und wir haben zwei Kapitel geschafft, das ist was gar nicht so schlechtes. Du siehst, du hast etwas zu sagen. Ich habe etwas zu fragen, aber ich glaube nicht, dass ich eine direkte Antwort bekomme. Ich habe etwas zu sagen. Ich habe etwas zu sagen. Du? Leon S. Kennedy? Du hast nicht verändert. Du denkst, dass du es. Sie sagt, dass ich nicht aus Scott auskomme. So hier ist meine Frage. Hast du verändert, Ada? Oder hast du nur versucht, mich wieder zu nutzen? Was denkst du? Wir sind hier. Sie sagen. Sie sagen. Sie sagen. Ich bin weit. Sie sagen. Das ist die Geschichte. Ich werde mal versuchen, diesen Skip zu machen. Ich habe ihn schon mal gesehen. Ashley. Ashley! Da bist du. Hm, Spitzleute. Lass uns diese abhören. Ich brauche es. Ich brauche es. Wozu ist dieser Merchant hier? Weil wenn ich jetzt hier hinten gehe... Das Einzige, was hier ist... Ist da so eine Lore? Ein bisschen Rohstoff... Ein bisschen da, ein bisschen da... So... Ha... Ich weiß nicht, wozu diese Stelle hier gut ist... Überhaupt nicht... Und dann gibt's hier den Merchant... Er hat neue Ware, das heißt, ja... Ich habe das nicht immer in Stock, Stray... Komm! Habe ich... Ja, das ist jetzt so die Frage... Aber hey, einfach... Einfach Highsprays nehmen... Einfach Highsprays nehmen... Warum nicht... Warum nicht? Aber ich glaube, ich weiß, warum er hier ist... Um diese ganze Sequenz zu skippen... Habe ich nichts... Ich glaube, ich habe auch nichts... Doch, ich habe was zu verkaufen... Und zwar den Würfel... Und zwar den Würfel... Nicht nötig... Nicht nötig... Nicht nötig... Okay... Ich weiß nicht, ob es so funktionieren wird... Aber ja... Oh... Ja, ja... Pfl Indo! Ja, ja, pena! Ja Hat nicht so ganz funktioniert. Okay. Spiehladen. Ich glaube, dafür brauche ich schon meine... meine Killer-7. Ich nutze sie einfach mal. Oder ich versuche es mal erst mal mit der. Ja, los, komm. Ach, das ist zu viel. Das ist zu viel. Nein, wollte ich nicht. Das wollte ich doch nicht. Ich würde Spiehladen. Diesen Gang mache ich doch. Ich meine... Ich brauche doch meine Killer-7 nicht. Ich brauche mich. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, lädt noch mal nach. Ich habe seine Waffe, aber diesmal getroffen. Verdammter Shit. Äh... Bei dem Raum jetzt zu machen, das ist jetzt auch so eine Sache, wo ich sage, äh... muss ich nicht machen? Will ich nicht machen? Ich, warte, ja. three are hier. Ja, ja, baby. Oh, come on, ey. Das kredenzen wir, Alter. Oh, fuck you, aber nicht so, ey. Oh, fuck you. Das ist die Strafe dafür. Das ist die verdammte Strafe dafür, dass ich hier rübergegangen bin, ey. Ich sag's euch. Scheiße, ja, ey. Scheiße, ja. Weil wenn er anfängt zu treten, bloß hin da. Bloß hin da und sich da hinstellen und rüber hier, weil... Oh, come on. Oh. Oh! leckt mich fett alter blendys wären echt nicht schlecht aber daran habe ich ja nicht gedacht aber hey deswegen bin ich ja hier deswegen machen wir den ganzen scheiß naja und da waren wir gewesen da kommen wir her moment wir können wir hören hier stimmen wir können hier nix vorarbeiten das sind jetzt so zwei sachen wo ich mir denke frage ist wie stelle ich das hier an ja 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 Okay, du guckst dahin, kein Problem. Es ist nur ein Gold, das ist nur Gold, was ich nicht bauche, weil ich hab schon. Ja, ich versteh den Gameplan hier, aber ob das jetzt hier so wirklich das Ding ist. Ja, ich versteh den Gameplan hier. Ja, ich versteh den Gameplan hier. Kannst mich mal, kannst mich mal. Oh, das war... Tschüss! Die Stelle habe ich zum Beispiel auch schon so gemacht. Die sind ja nicht so schlimm. Los, komm mal. Los! Die sind ja nicht so schlimm. Die sind ja nicht so schlimm. Hier war noch ein Schätzelein. Oh, ich höre das. Die sind ja nicht so schlimm. Ach, ihr. Ihr Typen, ey. Noch sechs Stück. So, das ist die Krone. Einmal noch richtig abräumen dürfen. Hm. Es sieht nicht so aus, wie ich hier rein kann. Ich muss einen anderen Weg finden. Da müssten wir tatsächlich andersrum. Ja, die Granada hat nicht so viel geholfen. Das war... Meines Erachtens Verschwendung. Ah ja, stimmt. Ich kick ja noch, äh... Ein Auftrag. Stimmt, stimmt, stimmt. An sich ganz gut. Ich shak. So, hier kann man speichern, aber ich speichere noch nicht. Klaus, komm. Danke. Ich glaube, das war's. Ich wäre jetzt hier hochgekommen. Da war noch ein Item gewesen. Ich glaube, hier war noch was. Ich glaube, mehr war hier nicht, ne? Außer, dass du tatsächlich hier das nur aktivierst. Okay. Ich glaube, mehr war hier echt nicht. Warum hier ein Speicher war? Aber auf jeden Fall, ja. Gottverdammt, ja. Ach so. Das ist jetzt der... Ich kann mich erinnern. Leute von heute. Ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern. Das ist ja jetzt hier... Okay. Yes. 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 Das ist ja jetzt hier... Okay. Okay, 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 okay. Ne? Alles klar. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Ashley! 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 Come on, Ashley, wake up! Shit! Hände in there. Hä? Im Englischen sagt der Shit, im Deutschen sagt der Fuck? Who the fuck? Ah, ah, sorry, nochmal. Also, nein, 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 nein. Das hat mir gar nicht gefallen. Moment. Ich könnte ja schon... Ich könnte ja schon das hier nimm, ne? Ja, the fuck? Ich könnte ja schon das nimm. Auf die Stingray. Ashley... Ashley! Ashley! Ashley... Schau! Oh, 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 oh. das hat relativ geholfen relativ wenn jetzt nicht sonderlich zufrieden aber ich meine ich habe aus versehen die granate da das gefällt mir nicht das kann man besser machen ich meine wozu habe ich diese schädiggranaten biometrischen sachen die krieg ich echt ja los komm her ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 das war jetzt auch nicht optimal also aber egal einen seitenkristall krieg ich von dem natürlich natürlich brauchst du das so jetzt weiht, 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 weiht wir können doch nicht da oben lang beziehungsweise da geht es da überhaupt lang Nö, da geh ich ja mit Ashley. Ja, ja, stimmt. Hier. Ja, ja, stimmt. Also ich hör noch jemanden. Kann ich schon was herstellen? Ja, baby! So. Wohlstoff. Äh, Gott. Das ist sehr wichtig. Und das brauche ich. Ich glaube noch irgendwas, was ich hier vergessen habe. Ja. Ja. Ja, klar. Ja. Ja, klar. Das ist an sich gar nicht mal schlecht. Der Spannungsaufbau hier ist auch nicht schlecht beim ersten Mal Aber ich würde sagen, er geht's Denkst du hier schon, so die engen Räume Ein Seitenkristall, stimmt's Mehr war das nicht, ne? So Leute, nicht erschrecken Arme Typ Forellenbarsch Ja Einfach mal 10.000 Es macht keinen Unterschied Der Preis, naja, das ist unsere Wahl Ein gelbes Kraut, das baue ich nicht Das Hühner, ich könnte es eigentlich essen Dankeschön Ich weiß nicht, ob ich noch was finde Schnellzugriff machen Schnellzugriff machen Forza Cyber Und wir können Ich meine, ich werde da Ich werde es noch nicht brauchen, aber Willkommen Ah, Tune natürlich Das Alles klar Okay Okay Dann haben wir die Waffe schon mal gemaxzt Hühner 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 Hühnerei Viel gibt mir das nicht Das gibt mir viel Und die beiden Eier verkaufen Verkaufen 1.200 wird zwei Eier Geld ist Geld Aber ich werde nicht gegen die kämpfen Um Gottes Willen Nein Verstauen Auf jeden Fall Das biometrische Ding kann ich ja schon mal behalten Warte An sich An sich läuft das echt gut Ich habe hier eigentlich viel länger gebraucht Wenn du nicht halt weißt Wie diese Skips funktionieren und so Okay Let's go Jetzt geht nämlich Der eigentliche Horror los Ja, ja Man sieht die schon Aber ich muss ja erst mal den Stoma machen Und dann muss ich hier hin Ich meine Wenn ich schneller sein will Musste ich jetzt schon ein bisschen mehr Der Sezierstation Handkarnabel Jo Why not So, das aufmachen Damit ich hier nachher abhauen kann Weil wenn ich das nicht mache Dann, äh Dann habe ich ein kleines Problem So, Hayspray Anything else? No, ja So Bewege Bewege Das war's? Oh, da gab es noch einen Power-Button. Ah, ne, da unten, ne? Ja. Ja. Axis Ja, was die hier gemacht haben Was... Aua, du verdammter Penner Was die hier? Ich muss die Kraft anziehen Aua, das musste sein. So, ich habe jetzt die Chance, stimmt's, deswegen habe ich dieses biometrische Teil mitgenommen. Ah, das ist kacke, dass ich das nicht so sehen werde. So, und ich kann jetzt ganz in Ruhe, Sophia. Ah, ba-bam, ba-bam, ba-bam. Ja, das ist kacke. Ah, scheiße. Bisschen Puzzle-Time. Okay. 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 Okay, ja, ja. Oh, das ist ziemlich geschlossen. Ja, das ist offen. Das ist jetzt nur für eine Bonuswaffe. Beziehungsweise Bonuswaffe. Die Waffe baue ich null. Die werde ich nämlich nachher verkaufen. So, keine bösen Überraschung mehr. Pistolemunition, also das, das ist der Bringer, das ist der Bringer, ey. Na ja. Ich kann jetzt ganz entspannt... Processing! Ich kann ja noch ganz normal gucken. Bei dem ganzen Stress hier... Da ist jetzt nicht noch einer, ne? Bei dem ganzen... Ja, für den Raum habe ich es jetzt eigentlich gebraucht. Okay, das war doch nicht schlecht. Aber da kannst du da ganz gechillt hier die Waffe holen und so weiter und so fort. Dann bist du mir fucker ziemlich egal. Ah, du Ficker! Du dürftest eigentlich gar nicht hier rein. Ach so. Ich bin! Ich bin. Und du schon bist. Ich bin. Nicht hier. Nicht hier. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Oh, Sanias! Te atraparemo! Te he encontrado! Estás salvo? Te atraparemo! Te atraparemo! Te atraparemo! Te atraparemo! Ok... Stand Munition! Yo! So, jetzt komme ich zu dem Baum, der ein bisschen schwierig sein kann. So, noch was zu verkaufen. Cheese Pulver... Jawoll, jawoll, jawoll! Hier! So, gucken wir mal. Oh! Ok... Alles klar... Spielen wir mal ein bisschen mit der, wenn wir die schon haben. Ah ja, der Blendy. Sehr schön. Das ist jetzt alles gewesen, ne? Wohl, nein. Nochmal. Au, 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 au. Handgranate. Erstmal looten, stimmt. Das war das. Erstmal looten, looten. Okay. Bloß nicht nachladen, die Scheiße. Gibt halt nämlich mehr Geld. Oh, ja. Ah. Okay, ja, das akzeptiere ich. Ähm... Nehmen wir doch das, damit ich hier kein... Linksverbauche. Ähm... Überlegen, überlegen, überlegen. Ich glaub, hier gab's nichts mehr, ne? Da, nur noch da. Da, da, da. Genau. Genau. Das Nugget. Genau. Das Nugget. Das Nugget. No. Du nicht. Okay. Du nicht. Du bist da. Du nicht. Du nicht. Du nicht. Du, nicht. Nee. Du, nicht. Du, nicht. Oh, 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 oh. den scheiß brauchen wir und das erste was ich gleich machen werde ist laus rausgehen gut dass er noch rei gut dass er noch rei da 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 guck mal schnell also bester tipp wenn die typen kommen einfach rausgehen und nicht mit den leuten und nicht noch mit mehr regenerators zu kämpfen weil die brechen nicht aus wenn ihr nix macht so dass das war doch das war doch wirklich gut gemacht nicht nachladen nicht nachladen die frage gehe ich noch zum märchen zurück ich komme doch gleich zum märchen war wenn man hier es liefer stecken kann weiß ich nicht aber ich glaube ich weiß nicht warum man hier erste verstecken ich weiß es echt nicht das war doch mal was jetzt kommt eine stelle gleich die ist nicht so schlimm ist tatsächlich nicht so schlimm aber die danach also beziehungsweise doch das danach noch ja die insel ist trotz all dem vielleicht nicht so krass schlimm aber sie ist immer noch nicht perfekt okay Jo, null Tode. Ja, ich bin da einzig sehr oft gestorben. Jo, dreiviertel Stunde kann man... Mach mal, kann man nimm. Genauigkeit, naja. Aber Schaden, den Schaden, den ich erlitten hab, Baby, das ist... Das ist an sich gar nicht mehr schlecht. Äh, Aufbewahrung. Äh, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Was ich gleich hier mache. So, bevor wir weitermachen, äh... Ich mach mal kurz ne Pause. Okay, da sind wir wieder. Ah, ich überlege gerade, ob ich gegen den Regenerator da... Gleich. Willis? Willis? Es sei denn, late. Nein. Danke. Wir haben eine Medizin, gerade in Zeit. Kannst du dich? Wo ist Luis? Luiz? Ich habe mich über dich. Bis zum Schluss. Komm schon, wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen diese Sachen wegnehmen. Für Luiz. Daida, komm in. Da ist ein Lab, wo wir die Parasite entfernen können. Ich hatte eine verrückte Hunde, dass du wo es ist. Der wichtigste Faktor ist ein Haus in der Sanctuary, auf der Top der Mauten. Das ist wo ich bin. Daida, die Encyclopädie. Ich bin froh mit dir. Ich bin froh mit dir. Jetzt schuldigst du mir. Kannst du mir einen Buss geben? Hast du das? Duh. Duh. Warte. Ich bin ziemlich ein Master von Hauke. Hm? Nicht ganz. Ah, hier kommen die alten blauen Medaillons. Wirklich sehr viele Details hier reingebaut. Ich habe etwas, das ich denke, du magst. Willkommen. Ich habe einige rarere Dinge auf Verkauf, Stranger. Das mal. Gib dir das die Arbeit, die es verdient. Der Schraubenschlüssel. Will das dann alles sein? Ich kaufe fast alles. Ah, der Schraubenschlüssel. Stimmt. Den Saphir kann ich nochmal gleich einsetzen. Die LE. Und sonst. Ah ja, die MP Munition. Das gibt ja doch mal selber genug Geld. Ah. Gelbes Cloud. Das hätte ich eigentlich die ganze Zeit verkaufen können, ne? Äh, ich Idiot. Äh, das bionische Zielfernrohr brauche ich. Das brauche ich. Ja. Aha. Ich kaufe es auf einem hohen Preis. Alles, was ich dir mit helfen kann. Ja, und endlich. Ja, und endlich. Was du siehst, ist was ich habe. Komm zurück. Erstmal gucken. Erstmal gucken, was ich hier hab. Ja, ich hab fünf Dinger. Da baue ich nix anderes. So. So. Was kann ich damit herstellen? Magnum. Ich hab zwei schwierige Granaten. Einmal ne Flash. Okay. Kaufe ich bei ihm natürlich Rohstoffe. Kaufe ich bei ihm natürlich Rohstoffe. Better to be over prepared. Am I right? Bei davon hab ich ja genug. Ah, Raketenwerfer. Ah, Raketenwerfer. Die holen wir nachher. Der Mann, aber nicht jetzt. Wird er? Was kann ich dir tun? So. War hier noch irgendwas? Ja. So. Ich weiß nicht, wo dieser Auftakt war. Ich weiß nicht, wo dieser Auftakt war. Aber ich weiß, dass er jetzt da ist. Wo hängt der denn? Ich weiß nicht. Was ist passiert. Ohne ist. Ich weiß nicht. Was ist passiert. Ohne ist. Ich bin ein paar Mal. Was ist das? Der ist da noch nicht gespawnt? Habe ich was übersehen? Oh, du hast den Stinch des Battles auf, ihr Freunde! Hehehehe Zwölf baue ich Gewehrmunition, wie viel habe ich da fahren? An sich erstmal genug Eine Blendgranate würde nicht schaden Dann machen wir das erstmal so Da müssen wir hin Ah, ja! Ah, ja! Ah! Wah, 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 wah! I see you Ach ja, ich habe ja noch Das Ding Zwei Edelsteine Und dann ist das Ding fertig Fertig Dann ist das hier bestimmt irgendwo nochmal unten Ich verstehe All right. Sehr so, wird ihn geklärt. Da komme ich nicht ran mit dem Messer, oder? Nee. Keine Hunde, kein gar nichts mehr. Ich meine, ich glaube, es gibt hier auch keine Hunde. Irgendwie sind die wie vier, deswegen so angenehm. Ach, das, das kann ich mit dem Messer machen. Das kann ich mit dem Messer machen. Schön. Oh, okay. Das habe ich so nicht gefunden. Money. Money, money, money. Ah, da ist der Merchant. Schon wieder, aber der ist ein bisschen wach. I see you. Das mit den Medaillons, das habe ich meistens immer gerne gemacht. Na, da, der Merchant ist da oben irgendwo. Heilung, kommen wir uns hier jetzt schon. Die kleine Granate, die kann ich mir gleich benutzen. da muss man. Da geht's! Oh, ja. Oh, oh, oh. So, da, 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 da. Ja, das ist von der anderen Seite. So. Machen wir noch einmal. Eine Schwede Granate. Und dann müsste das eigentlich reichen. Wir sind ja noch nicht im Raum, deswegen können wir noch einmal die Stingray benutzen. Ja, die normale. Alles klar. Gut. Ashley. Hier, hält uns runter. No problem. Das war. Dammit. Perfekt. Ashley, du bist gut? Ja, danke. Wow, 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 wow. Hab ich da was liegen lassen? Nö. Oh, brothers. Les he encontrado! Rodadlos! Reunidos! Viva, mis gilipollas! Next. Ich weiß nicht, ob es so vorgesehen war, dass ich da das benutzen soll, aber ja, aber ja, aber ja. Hört doch ziemlich gut. Da war doch irgendwas noch mit den Ratten, ne? Aber ich glaube, da war nichts mehr. Ja, bevor es mich hat, hat es mich gebeten. Das Maragd, hey, da fällt langsam was. Boah, noch ein Niedelstein, ne? Dann können wir das Ding echt verkaufen. Ja, jetzt kommt der Raum, den ich mir schon fast gedacht habe, deswegen... Juh? 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 Oh. Juh, 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 juh. Juh, 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 juh! Ach, das ist ein ... Exalt. Juh? Juh? Denn ich weiß, was hier abgeht. Mal ganz in Ruhe gucken. Haben wir was vergessen? Ah ja. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Was ist denn? Fuck! Die, you stubborn son-of-a-bitch! Jesus! Verdammt, verdammt! Jesus! Ja, das muss der Eimer, der heftige sein! So, jetzt brauch ich das Ding nicht mehr. Fast. Beziehungsweise, ich will das Ding nicht mehr benutzen. Du bist nicht verletzt, oder? Nein, ich bin gut. Hm, das ist Mehrwert. Das ist deutlich mehr wert, ja, ja, ja. Ja, da fehlt mir noch ein Runder. Ja, man hätte ihn ja auch verbrennen können. Ob das was bringt, ich weiß nicht. Das ist... Okay! Das ist immer echt sehr knapp. Ah, nee, jetzt kommen sogar die Städte. Die Städte. Keine Kraft. Geh das für mich. Lass es mir. Ich bin eigentlich ziemlich gut an diesem Ding. Ja. Puh. Ah, mal gucken. Das wird jetzt eine Stelle sein, wo ich sagen werde... Hm. Muss das sein? Aber beziehungsweise, wie gut können wir das machen? Okay. Und runter... Mach, ich bin einfach nicht so gut. Oh, Gott, ich bin einfach nicht so gut. Oh, Gott, ich bin einfach nicht so gut. Ich bin einfach nicht so gut. Und schneller muss ich meinen, meine ich jetzt machen. Wie ist das? Oh, ich bin ein, dernüpfle durchs shore. Das dachte, ich bin, deshalb so gut. Das ist, wenn ihr euch nee, ich warst wird. noch mal der heizkette weil ich nix habe sonst ich brauche und wunders ich 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 ja das ist jetzt die frage kann ich das mit irgendwas funktionieren das kann ich hier zur heilung noch irgend etwas vor allem war es auch heilung aber das kann ich lieber verkaufen das Toll. Ich habe Ashley getroffen. Wunderbar. Das ist so ein Moment, wo ich mir denke... Das ist so ein Moment. 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 Das ist so ein kurzer Moment. Okay, ich glaube, ich versuche diesmal mit der. Das ist so ein Moment. Ashley, verdammt. Toll. Ich glaube, ich sollte doch... Ich nehme doch das Bionische. Das ist eine Stelle, wo man sehr oft verkackt ist. Das ist so ein Moment. Ich habe ihn gefunden! Ashley, verdammt! Wie magst du das? Ja. Danke. Du bist willkommen. Kommt da noch was? Ja. Okay. Aber dann spawnen auch keine Gegner. Aber das ist ja... So. Dann muss das so. Und das muss so. Ja. Power up. Puzzle Gods, sage ich ja. Perfekt. So. Gibt es hier noch was? Ich meine, ich glaube, der hätte noch irgendwas gedroppt, aber der... Oh. Ich sehe, du bekommst... Alle Ratten besiegen. Alle Ratten besiegen. Alle Ratten besiegen. He he. He he. He he. He he. Tausch. Das einzige, was ich immer gerne tausche, ist das hier. He he he. Oh, ich wusste, dass du das auch gekauft hast. He he he. He he. He he. He he. He he. Ja, mir fehlt da noch eins. Stimmelmesser. Achthundert. War das bionische Ding, ne? Aber deswegen nur 3.000, deswegen. Danke. Warte. Ja, Granaten habe ich genug, definitiv, deswegen kommen wir definitiv das herstellen. Das ist ja nur da, um zu tunen. Das ist... Also das Wichtigste ist schon fertig. If you want a fighting chance dazzled, are you? Haha. Our craftsmanship demands no less. Oh my... Ah, das würde ich mir noch lassen, das würde ich mir tatsächlich noch lassen. Das würde ich mir tatsächlich noch lassen. Aber das ist ja jetzt nicht so wichtig. Es kommt, es kommt noch zwei. Ganze, ah. Das ist ja jetzt... Das ist ja jetzt nur... Schnell das, das, das. Badam, badam, badam. Aber hier kommen ja keine Gegner mehr. Deswegen könnte ich das nochmal mit den Ratten machen. Ich glaube, hier war keine. Ich glaube, hier lief immer eine lang. Das ist Dada. Ja. Wo ist diese Ratte? Mann, Mann, Mann. Oder ist sie hier so weit durchgekommen? Ah, ich hätte, ich hätte echt... Ich hätte echt diese Ratte machen wollen. Okay. Falls ich auch hier zurückgekommen bin, um speziell die zu machen... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Du kleiner Scheißer, wo? Okay. Okay. Das war tatsächlich die aus dem Rohr. Okay. Und ich dachte, das wäre schon schwieriger. Meine Güte. Ja, was man nicht alles für Money macht, ne? Okay. 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 Schau dir, Mann. Was kann ich dir interessieren? Hm. Moment. Das gibt mir nur 3.000. Das gibt mir mehr. Ja. 7.500. Ja. 7.500. Nein, er schlägt. Erstmal looten, maybe, weil das nämlich gerne ist. Leon! Schau. Das ist ein Lift. Ja. 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 Wo? Ah. Jawohl. Wo? Moment, also Machen wir es hier Ich habe es hier Sie sind sehr ernst Das ist das, was die Kinder in der Schule teachieren? Sie haben Sie nie gehört von Autos Autos? Du bist zurück! Das ist cool, dass Ashley mega hilfreich ist. Hey, eigentlich wär das auf. Ja, ihr könnt euch mal. Ja! Lass unsere Freunde zu mir. Aua! Bitte? Ja ne, da muss ich das erst machen. Okay, alles klar. Okay, ich hab's falsch gemacht. Scheiße! Das muss erst passieren, wenn sie da macht. Okay, alles klar, gut. So. So. Das war's für heute. Leon! Oh There you go Yes, sir Uhh Erstmal Oh Music is up so jetzt kann ich noch mal den typen machen okay laufen jetzt hundertprozentig keine typen guck mal da hat sich noch mal was geöffnet da sind noch mal das kann man so machen okay man kriegt doch sehr spät diesen arsch deswegen werde ich den noch mal angehen Oh, das ist nichts, aber das Schlimmste. Willkommen! Oh, was du achetest? Deine Werte werden dir nicht so gut in der Grave gemacht. Nächste Mal achten etwas, oder? Okay, dann... Gehen wir den... Dann gehen wir den mal an. Und da versteckt man Ashley, damit man hier in Ruhe den machen kann. Es ist Zeit, oder? Es ist Zeit, oder? Ich werde auch nur mit dem hier kämpfen, weil Ich glaube das ist auch fast der Herr, das ist der Gegner Okay, der ist fertig, da hätte ich eigentlich schon rausgehen können Und dafür kriegst du 8 Spinels Das hat ja nicht lange gedauert Hey, lass uns einen Freude nehmen Ich werde alles gut, wir müssen weitergehen Ich werde alles gut machen, ich werde alles gut machen Einfach mal 20.000. Das ist nicht schlecht. Ja, da warte ich nochmal, da werde ich bestimmt was bekommen. So. So, was kann ich herstellen? Dann mache ich. Willkommen. Ja, das Schwierige habe ich schon, okay. Warum nicht probieren Sie eine neue Schraube, Stranger? Ja. Ja. Komplett. Alles komplett. Alles. Dann geht es nur noch darum, die zu haben. Eigentlich kann ich die ganze Zeit die in der Tasche tragen. Joa, come on. Äh. Ich glaube nicht. So. Alles klar. So. Dead Money. Das nehmen wir. Ich glaube, das ist auch fast. Ich glaube, das ist das Ende. Das ist aber schon ein harter, harter Blocken, weil der so viele Sachen hat. Das hätte ich nicht machen müssen, aber... Du weißt, ich... Ich dachte... Wir arbeiten gut zusammen, nicht? Ich glaube so. Genau? Vielleicht werde ich irgendwann ein Agent wie du sein. Was denkst du? Wir können die USA von allen und allen Schrauben schützen. Ist das richtig? Ja. Egal. Wir müssen es hier raus machen. Hm. Du bist kein Spaß. Ja. Ach ja. Jetzt kommt der Shit. Gleich. Das muss sein, was Luis gesprochen hat. Ja. Nee. Das triggern wir noch nicht. Money. Jetzt geht es mir nur noch um Money hier. Ja, ja. Gelobt seid Lord Settler. Egal. Ja. Du bist ein Klee-Klee-Klee-Klee-Klee-Klee-Klee-Klee-Klee-Klee-Klee-Klee-Klee-Klee. Ja. Das ist das Mäste. Das ist das Mäste. Ja. Das erste Mal, dass wir auch Sattler sehen hier. Willkommen. Ich bin Osmin Sattler, der Sprecher für unseren Herrn. Tatsamaru gibt es einen Scheiß. Fühltige Hände. Warum hast du dir Griechen gefordert? Jetzt abandone deinen Körper. Begebe. Begebe die Sprache des Herrn. Nein! 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 Glück muss man haben! Ich bin der, ich bin der persönlich Sattler ist hier. Sattler! Du Scheiße! Ich bin der Sattler. 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 Ach ich baue den Scheiß nicht mehr. Ich habe das vergessen. Was ist das? Get in! Shit. Verbrenne! Ach ja, hier gab es ja noch Items. Hey! Scheiße! Scheiße! Scheiße, Scheiße, Scheiße! So, was können wir noch hier herstellen? Vermunition oder... warte! Flendenmunition habe ich genug. Guck! Hopp! Ja, das war gut, dass ich hier oben rangegangen bin. Da hat man an sich... Gold Nugget. Okay. MP-Munition, das ist wieder Geld. Habe ich noch was vergessen? Ah, da sind noch Kisten... Ach so. Akte zum Fall. Ja, jetzt kommt der ganze... Okay. 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 Vielen Dank. ohne die delightedesieren. Schon war zwei Minuten... Pol kanske... war etwas wie ganze Zeit... Was ist er? Sorry I'm sorry Okay, ich weiß, dass ich schon mal nichts mehr bekomme Daher verkaufe ich schon die ganzen Dinger Ja, ich werde einfach keine Mission mehr annehmen, weil Stranger Da weiß ich schon Easy Anything else, I can help you with Why not try your hand? I've got my place to say really But sometimes things are more interesting If you keep a level playing Don't you fight? Das werde ich definitiv machen Aber Will that be all? Come back So This is the question of the question At any time Werde ich dafür die benutzen? Ich glaube es reicht auch wenn ich Nee, die werde ich nicht benutzen Aber das werde ich beim Bossfight machen Definitiv Acht Schuss Fragen über Fragen, wie man sich stellen sollte Ach komm Machen wir das hier nochmal Und Die machen wir am Ende Fünf Sachen Okay, Granaten haben wir hier Alles klar Willkommen Noch irgendwas? Nee Ich werde dann einfach Geld sammeln Aber nicht mehr heute meine Damen und Herren Tatsächlich ist unsere Sechste Session Nicht das Ende Was ich mir schon fast gedacht habe Weil die Insel die Zieht Ein bisschen Wie gesagt ich habe ja auch noch Also wie gesagt Diese ganzen Neuversuche auch Vor allen Dingen in den Räumen Das hat aber sehr gut geholfen Ich glaube mal gucken ob ich diesen einen Skip ganz gut schaffe Weil da nach Krauser Also wie gesagt Kapitel 15 ist glaube ich der schlimmste Kapitel in Überhaupt Ob ich das sehr gut durchschaffen werde Und ja das werden wir denke ich mal Im finalen Part von Resident Evil 4 sehen Und zwar zum siebten und letzten denke ich mal Resident Evil 4 Remake Aber wir haben uns gut durchgeschlagen Klar ich habe ein, zwei neue Versuche gebraucht wegen der Brücke Aber ja ich würde sagen das wärs mit Part 7 Zu unserer Playstage Reihe von Resident Evil 4 Remake Wenn euch dieses Video gefallen hat hinterlasst ein Like da Und ein Kommentar Und wenn euch nicht nur mein Resident Evil Zeug Beziehungsweise Playstage Reihe gefällt Dann hinterlasst ein Abo da und ringelt an die Glocke Damit ihr absolut nichts verpasst Ja und ich würde sagen ich bin die Kay des Game Stage 5 Und wir sehen und hören uns Wenn wir uns gegen unseren Ausbilder Krauser endlich Ja Die deviten diesen Alles klar Reingehauen Reingehauen Kack Kack historie Ge戲 Kack B Keine Bei